Es ist ein ganz besonderes Arbeitsumfeld, die Onkologie im Robert-Bosch-Krankenhaus. Hier fragt man sich, wer ist der Mensch hinter dem Patienten? Welche Bedürfnisse und Wünsche hat er? Und welche auch seine Angehörigen? Katrin Johannesson weiß, dass trotz der allgemeinen Vorstellung die onkologischen Stationen fröhliche, leichte und zugleich vielfältige Orte zum Arbeiten sind. Hier begleitet, pflegt und versorgt man Menschen auf ihrem Weg und erlebt hautnah den Fortschritt medizinischer Wissenschaft. Ob Hämatologie, Onkologie oder Palliativmedizin, hier wird man als Mitarbeiter gefördert und erhält eine Vielzahl an Spezialisierungs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Dabei arbeitet man immer auf Augenhöhe mit Kollegen, Ärzten und Patienten und im Geiste von Robert-Bosch ist es trotz persönlicher Entwicklungsmöglichkeiten immer ein Gemeinsam zum Wohle des Patienten. Es ist halt das Robert-Bosch-Krankenhaus.